Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seine Tonybox mit WLAN verbinden und somit auch ein neues WLAN einrichten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige es zur besseren Veranschaulichung mal am PC. Das Ganze funktioniert natürlich aber am Handy bzw. am Tablet relativ ähnlich. Und zuerst mal müssen wir in einem beliebigen Browser, bei mir einfach mal Google Chrome, in der Adresszeile hier oben meine.tonys.de slash wifi eingeben. Dann kommen wir nämlich auch schon zur offiziellen Tonybox-Website. Wir sollten uns mit unserer Tonybox auf jeden Fall in der Nähe von unserem Router befinden. Und es ist auch noch wichtig, dass der PC nicht mit einem LAN-Kabel verbunden, sondern nur per WLAN angeschlossen ist. Wenn das alles passt, kann ich hier unten mal auf Ich möchte loslegen klicken. Im nächsten Schritt geht es darum, dass wir unsere Tonybox-ID eingeben. Diese befindet sich einfach auf der Unterseite unserer Box. Bedeutet, ich habe diese mal umgedreht und da können wir auch schon diesen kleinen Code erkennen. Den habe ich mir mal kopiert, füge ihn jetzt auch hier unten in die entsprechende Zeile ein und klicke dann auf Prima und weiter geht's. Als nächstes müssen wir mal unsere WLAN-Verbindung vorbereiten. Und hierfür sollen wir einfach mal beide Ohren gleichzeitig für ca. 5 Sekunden lang drücken. Bis wir ein Signal hören und die LED hier auch schon blau blinkt. Nach ca. 20 Sekunden hören wir wieder ein Signal. Und da wir unser Audiosignal zweimal gehört haben, klicke ich auf Dann starte durch. Unsere Tonybox hat nun ein WLAN mit diesem Namen erstellt und damit müssen wir uns jetzt auch verbinden. Beim PC ist es normalerweise so, dass wir hier unten noch unser WLAN-Symbol haben. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann sollten wir nach kurzem warten, normalerweise auch schon unsere Tonybox finden. Hier sehen wir Tonybox-83C. Das schaut auf jeden Fall gut aus. Da klicke ich drauf und dann verbindet sich das Ganze auch schon automatisch. Falls bei dir die Tonybox hier übrigens nicht angezeigt wird, dann am besten einfach mal hier unten auf den Link draufklicken. Da sind nochmal einige gute Tipps drin und falls auch das nichts bringt, lieber mal beim Support nachfragen. Die sind ja auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Mein WLAN hat sich jetzt auch schon verbunden, weswegen ich mal hier auf den Button Weiter geht's draufklicke. Im nächsten Schritt müssen wir mal unser eigenes WLAN von zu Hause auswählen. In meinem Fall Luigi's Hut. Luigi ist übrigens unsere Katze. Und dann können wir hier unten auch schon das WLAN-Passwort eingeben. Das befindet sich normalerweise auch auf der Rückseite von unserem Router. Das habe ich kopiert, eingefügt und wenn es passt, hier unten auf Tonybox verbinden klicken. Zum Schluss erhalten wir noch die Bestätigung, dass alles funktioniert hat. Und somit haben wir unsere Tonybox jetzt auch schon mit dem WLAN richtig verbunden. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine neue Tonybox, Kopfhörer, eine personalisierte Schutzfolie oder auch natürlich weitere Tonys zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.